Für wen ist ein Futonbett geeignet? Viele Menschen, die modernes Design lieben, schätzen das stilvolle und weniger voluminöse Profil des Futonbetts. Wie finde ich das richtige Futonbett? Auf einem Bett liegend verbringt ein Mensch einen Großteil seines Lebens. Daher ist es wichtig, seine Eigenschaften und Merkmale zu berücksichtigen. Welche Höhe hat ein Futonbett? Grundsätzlich gilt, Futonbetten sind Betten mit einer geringen Höhe. In der Regel liegt die Höhe der verschiedenen Modelle einschließlich des Rahmens und der Matratze. Ungefähr bei 35 bis 40 cm, was macht ein gutes Futonbett aus? Das japanische Bett ist ein Universalmöbelstück. Nach dem Schlaf kann es für einen völlig anderen Zweck verwendet werden. Wenn du die Matratze entfernst und die kleinen Kissen ausbreitest, verwandelst du die Schlafstruktur beispielsweise in einen Ort für eine Mahlzeit. Wie hoch ist der Pflegeaufwand eines Futonbetts? Die Pflege eines Futons erfordert keinen großen Aufwand. Durch regelmäßiges Lüften und geringe Luftfeuchtigkeit. Auf traditionelle Weise auf dem Boden bleibt es lange Zeit angenehm luftig. Was kostet ein Futonbett? Futonbetten sind je nach Hersteller. Material und Design mehr oder weniger teuer. Was muss ich beim Kauf eines Futonbetts beachten? Du entscheidest, was der Hauptzweck des Bettes ist. Einerseits könnte es für lockere Gespräche nützlich sein. Andererseits schläfst du jede Nacht darauf. Wo kann ich ein Futonbett kaufen? Futonbetten gibt es sowohl in Möbelhäusern, Aber auch ganz sicher und bequem von zu Hause aus kannst du dein Wunschbett in vielen Online-Shops kaufen. Welche Alternativen gibt es zu einem Futonbett? Nicht jeder schläft gerne direkt auf oder über dem Boden. Das Boxspringbett ist das genaue Gegenteil eines Futonbetts. Was zeichnet ein klappbares Futonbett aus und was sind seine Vorteile und Nachteile? Eine neue moderne Futon-Transformation, die Verwendung einer Matratze auf der Couch. Diese Modelle sind in zwei Versionen erhältlich. Was zeichnet ein komplettes Futonbett aus und was sind seine Vorteile und Nachteile? Ein Großteil unseres Lebens wird damit verbracht zu schlafen. Und das will sich auch in Zukunft nicht ändern. Welchen Komfort bietet ein Futonbett? Eine Vielzahl von Verwendungsmöglichkeiten des japanischen Futons beeinträchtigt nicht seine Vorzüge. In welcher Form auch immer. Bett, Matratze, Topper, Sofa oder Sessel. Es bleibt bequem und praktisch. Wie fördert ein Futonbett gesunden Schlaf? Wenn jemand ein Futonbett im Vergleich zu anderen Produkten sieht, hat es einige Vorteile, die generell auf dem Prinzip Gesundheit basieren. Wie pflege ich ein Futonbett? Das Futonbett ist relativ pflegeleicht. Die angebotenen Futonmatratzen bestehen in der Regel aus natürlichen Materialien. Wie baue ich selbst ein Futonbett? Der Kern der Konstruktion bei den Futonbetten ist, wie auch bei jedem anderen, der Rahmen. Die Rahmenkonstruktion besteht aus jeweils zwei parallelen und gleichlängen Seiten.